Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich hab den Park nicht mehr erkannt. Ja, ne, ich hab ihn doch scheiße anziehen, würde ich wundern. Egal, äh, Verrückter Canyon nehmen wir mal nicht. Nein, kein Wissen. Nee, Sandfiguren passt nicht. Ja, Verrückter Canyon. Also, jemand hat in die Kommentare geschrieben, danke dafür. Nava. Als Park, Nava Park. Kampagne starten. Ja, so, da sind wir auch schon. Und ja, ihr habt euch halt mehr gewünscht. Deswegen, ähm, ja, machen wir mehr. Ja. Ja. Die strengen die hier mal alles. Haben wir ja schon in dem letzten Tutor, ähm, in dem letzten Video gemacht. Ich bin Nomaruna! Jaaaaah. 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 Wir können ja schon mal anfangen, Attraktion zu bauen, ja, und da machen wir jetzt nicht sofort Western, sondern machen einfach mal als erstes, ähm, normal, eine Verrückte Schaukel, gut, ja, aber das blinkt so schön, was auch immer da blinkt, ich glaube, die Sonne, naja, ist mir egal, so, genau, passt irgendwie in so eine Ecke rein, ne, also, wenn man denn, ja, ich weiß schon genau, wie ich das hier mache, so, ja, dann brauchen wir noch was anderes, so Turnringe, ne, lieber nicht, können, ne, Späßrutsche melken, so, dann bauen wir nämlich jetzt mal einen Weg, so, alle machen wir, also es ist halt ganz gut, so, erstmal so, 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 dann bauen wir noch hier so, 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 ja, und so, bauen wir hier gleich beide Wege dran, und das denn, so, genau, ja, und, ähm, es wird auch bald Farming Simulator kommen, also der Landwirtschaftssimulator 2017, ähm, sollten ja einige von euch kennen, ne, ja, ist halt ja jetzt der neuste Scheiß, ja, keine Ahnung, okay, auf jeden Fall werde ich den, den, morgen, also morgen wird er released, und ich werde gucken, ob ich ihn morgen im Geschäft finde, oder, und wenn nicht, dann hole ich halt ne Paytif-Card, und kaufe ihn mir online, dann hab ich ihn morgen schon, ja, genau, weil, ähm, dann wollte ich darauf hinaus, dass es vielleicht morgen, wenn er das gibt, aber ich weiß nicht, wie groß, falls ich ihn nicht finde im Geschäft, wie groß die Datei zum Download ist, deswegen kann es sein, dass es erst morgen, übermorgen kommt, also morgen kein Video kommt, dann bitte ich das zu entschuldigen, ähm, warum will ich es auch nicht, eigentlich gerade so aktiv geworden, ich hab keine Ahnung, und, ja, dann wollen wir einfach jetzt mal das Pendel hier weiter, ja, genau, vielleicht hätte ich jetzt mal auf meinem zweiten Bildschirm die Aufnahmezeit machen sollen, ich weiß jetzt nicht, wie lange, so, drei Minuten, also vier Minuten jetzt, nehmen wir schon auf, das ist schön, ja, so, damit die Leute auch noch ein bisschen Geld ausgeben, brauchen wir mal einen Mechaniker-Stand, na, okay, dafür geben die Leute kein Geld aus, aber, ihr wisst, was ich mein, ihr wisst es doch, Profit schlagen aus allem, was geht, keine Ahnung, dann brauchen wir noch einen, dann brauchen wir noch einen, dann brauchen wir noch einen, Perfekt, so, 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 hier können ja auch noch andere, nachher hin, Anniper-Stand 1, stellen wir auch noch einen ein, Perfekt, und, ja, dann, was haben wir jetzt, noch, 300 Besucher-Rose in meinem Park, mein Hund kommt gerade, Parkbewertung, Finanzen, Gäste, ein paar, Parkgedanken, ist nicht intensiv genug, ja, das kann sein, sollten wir vielleicht mal den Preis runter schrauben, ja, immer da, da, ich, ich mach auch immer bei meinen Mitarbeitern den Preis runter, würde ich ja gerne machen, aber, geht glaube ich nicht, ähm, also, die machen echt schlechte Arbeit, muss man dazu sagen, ja, und, hier sind schon alle frohlich, wir können auch noch ein paar, bei Newsletter generierte Inhalte hier reinmachen, vielleicht so ein Jurassic World, keine Ahnung, auch ein Rang-Fans, was ist das eigentlich, ah, da könnten wir noch der Bahn durchbauen, oder wir bauen das hier, so hin, ja, ist auch gar nicht so schlecht, was ist das denn hier, irgendwas für ein Avatar, okay, ich hab mir halt irgendwas runtergeladen, keine Ahnung, guck mal, das kann aber nicht unsere Warterstange verschönern, so, warum gehen die alle weg, ach so, ja, 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 ich dachte gar, das ist ja egal, ja, hier können wir auch mal eine Achterbahn durchbauen, oh, geil, kann der jetzt auch Feuer, passt schon, ähm, ja, und dann, würde ich doch erstmal Schluss machen, was ist das eigentlich, das ist eine Cam, ich weiß es nicht, wir können auf jeden Fall noch ein bisschen ein Jurassic Park Team bauen nachher, also, in den nächsten Tagen, Teleport Maschine können wir noch bauen, ja, und dann machen wir hier nochmal einen Rollercoaster Tycoon World Sign dran, ja, ist ganz gut, so, geht doch schön aus, vielleicht nochmal eine Sache können wir nochmal machen, passend zur Halloween Zeit, ich frage mich nicht, warum ich diese komische Frau da habe, pfff, was ist das denn hier, ok, das machen wir mal später irgendwann, äh, mhm, 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 Low Grass, ich hätte doch irgendwo noch eine Vogelscheuche, mhm, ist das hier, Panda Pack, Medieval Castle, Gate Open, da können wir auch noch mal eine Achterbahn durchlegen, also, ihr seht, wir haben, viele Möglichkeiten, und ich sehe, ich wollte euch eine kürzere Folge machen, aber, ist eigentlich eine normale Folge geworden, und, ich weiß auch grad nicht, wo meine Vogelscheuche ist, deswegen machen wir nochmal einen Raptor hin, mhm, und, mhm, ganz sicher so, äh, so, können die Leute hier noch ein bisschen nur, AHH, HILFE, OH MY GOD, EIN RAPTOR, OH MY GOD, IT'S SO CREEPY, ja, genau, das denken die sich dann, äh, noch ein paar Ahornbäume, könnten die hier, hinbilden, so, also, ich kann das Spiel halt nur empfehlen, es ist halt nichts für schlechtere PCs, weil, das Spiel schon auf der niedrigsten Einstellung, und, ähm, also, ich glaube, ich spiele auf der niedrigsten Einstellung gerade, ähm, und, ja, nur da ist es relativ erträglich, könnte man sagen, naja, auf jeden Fall, es ist halt nicht die beste, ähm, äh, Performance, also, es ist halt die beste Performance gerade vom Spiel, aber, die beste Grafik ist es noch nicht, so, und mit diesen schönen, ähm, Fokus hier, keine Ahnung, ähm, und das ist eine süße Eule, ja, auf jeden Fall können wir jetzt, ähm, hier die, äh, den Park, äh, den Park bänden, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, nehm, lebt keine Drogen, tschüss.